Robert Juul. Spannend. Siege. Wichtig. Anstrengend. Lustig. Voraufschreiter. Eine sehr gute Mannschaft, die kompakt steht, die immer wieder Konter ausspielen will. Wir werden im Gegenpressing sehr aktiv sein müssen, die gar nicht in die Umschaltphasen kommen lassen und am Ende des Tages auch selber kreativ sein und viele Chancen herauszuspielen und am Ende des Tages auch die nötigen Tore zu machen. 2-0 für uns.